98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Internet und Medien. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation in Berlin. Das Festnetztelefon mit aufgedrehtem Korbelkabel und Drucktasten wird wohl bald der Vergangenheit angehören. 90% aller Deutschen über 14 Jahre haben bereits ein Handy. Das sagt das Statistische Bundesamt. Das sind rund 2 Millionen mehr als noch vor zwei Jahren. Damit liegen wir aber prozentual immer noch weit hinter dem Spitzenreiter zurück. Das ist Macau in China. Hier kommen auf jeden Einwohner durchschnittlich fast drei Mobiltelefone. Allerdings leben auf Macau auch nur knapp 500.000 Menschen. 98.2 Radio Paradiso. Die Schlaumacher. Spezial. Präsentiert von der Makromedia. Hochschule für Medien und Kommunikation. Studiere Medienmanagement und sichere dir eine der letzten Studienplätze plus Berlin-Stipendium.